Moin Leute und Willkommen zur Mission Unaufhaltbar, Akt 3. Puh, das wird jetzt was. Was richtig, richtig schwierig ist. Jetzt wird's gemacht. Konvoi rausgemacht. Das wird ein Spannendes und immer wieder das. Achtung, Achtung! Der Haus hat eine Knarre! Hey, wir brauchen noch ein paar Leute! Gedankt, hätte eine Waffe! Verdammt! Sag ich doch Unaufhaltbar, diese Dinge. Ich mache mal das Falsche. Aber jetzt... Eine Menge, ne? Eine Menge Möglichkeiten? Soll ich von hinten ankommen, oder wie? Gib mir diesen Polyenter. Wie kann man sich denn nicht verstecken? Was ist das? Was ist das? Oh, die Umgegner auch noch von nerven. Ich bin schon gekostet auf, Alter. Alle Einheiten aufgepasst. LF beginnt jetzt die OS-Scan nach Richtung. Oh mein Gott! 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 Das wird jetzt aus. ... ... ... ... Und jetzt gehts los. Über die unaufhaltbaren Typen aufhalten. ... ... ... ... ... ... ...Mate. So, das reicht. Scheiße. Das ist sehr okay. Liebe ist... Das ist ganz... Je einfacher, desto besser. Okay. Ich habe sie verschmerzt. Ey, weg, du Bedrohung! Und? Deine Mutter schlägt dich! Boah! Endlich diesen kleinen Arsch! Verprügelt, Mann! Ah, super! Fertig! Ein Rennen wird das jetzt aber nicht mehr. Ja, mein Fenster. Mann, hätte ich dich doch mal schon zurückergekannt? Was wir alles erreichen? Keine Sorgen. Erreichen wir es in Chicago. Hast du dein Virus schon fertig? Mehr oder weniger? Mehr? Oder weniger? Wer? Es hat klappt. Glaube ich. Was soll das heißen? Ich gehe in die Höhle des Löwen. Scheinlich so dramatisch. Komm du an ihre Server? Das Teil funzt schon. Und du bist die Legende, von der Clara ständig veraselt? Die weiß. Wer? Vergiss es. Ja. Mission beendet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dann. Ciao.